Was mag ich hier zu arbeiten, weil ich interessante Menschen kennenlerne, interessante Menschen aus allen Teilen der Welt. Manchmal tut es mir wahnsinnig leid, dass sie zu Hause keine Möglichkeit zu arbeiten haben. Aber für mein Leben ist es wahnsinnig bereichernd und ich hoffe, dass die Teilnehmer unseren respektvollen Umgang schätzen und auch inhaltsmäßig für sie was dabei sind und grüßen. Es funktionieren vier Segmente am Stecker, Mini-Klinke fürs Handy, externe Tonaufnahme. Drei Segmente für. Drei Segmente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöne Kamera, ich bin begeistert, I'm impressed FB 74K, da muss ich aufschalten Ich habe einen Kopf, aber nach vorne, ich habe keinen Kopf Von Gottes willen, ich habe keinen Kopf Ah ja, genau War ich das mitgekommen? Ich glaube, das ist die... Ja, nein, oh ja, doch Das ist die... Aber ich glaube Das hat jetzt das Mikro aufgenommen Und nicht das Extreme Die haben wir so andere wieder Einmal ohne und einmal mit Ah, okay So Quiet Richtig aus Richtig aus Hallo Tamara Richtig aus Richtig aus Richtig aus Richtig aus Also das fände ich nett, wenn ich mir so eine Textwand eingeben würde Und würde ich das gerne so machen wenn so ein Text dann erscheint. Der Kurs heißt Professionelle Videocontentproduktion für den künstlerischen Auftritt. Das heißt, es geht um Eigenwerbung, um Eigenpräsentation in Videoform und wir lernen in diesem Kurs den gesamten Videoproduktionsprozess kennen von der ersten Idee bis zum fertigen Film und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind im Anschluss in der Lage, ihre eigenen Videos zu produzieren.